hi leute herzlich willkommen zur nächsten folge zu meiner serie von play your map diesmal kommt wieder eine map von chonchon55 dran und zwar seine map oasis ja noch mal ganz groß oasis wahrscheinlich wieder eine abkürzung oder so keine ahnung ich habe da jetzt nicht so einen überblick hier in die kommentare wäre ich auch nicht daraus schlau gps ok intro ok outro ok music ok und replay ok have fun smiley das war's schon da hat sich da ein bisschen kurz gehalten na egal ja das ist eine sehr kurze map 26,4 48 sekunden ist der erste offline rekord 26,365 sekunden ist der erste dd auf einen server und zwar auf das auf den ssm very short 2015 server und ja vier custom objects eingebaut und ja vor knapp einem monat hat die hochgeladen die map egal schauen wir die map einfach mal an wow se wow so sehr sehr was ist das für ein komischer screenshot oder oder bild was soll das darstellen jetzt haben wir einen berg dann so eine pipe hier auch noch eine pipe dann hier irgendwie so ein komischer rahmen und hier ein fahrzeug ok einfach mal spielen aber gespannt wie viele daten jetzt wieder runtergeladen werden wie gesagt ich kenne die map nicht ich bin sie noch nicht gefahren ich lasse mich überraschen kondor und jj present wersers simples Du bist besser deine Schmerzen, du fleabitten Farmant! Ich werde dich auf die Schmiffernien schlagen! Cool Im Hintergrund sieht man wieder so eine Animation Ok, hier geht's rauf, hier geht's entlang Dann Sprung äh hier entlang oder? ups ja war schon richtig und sprung ah zu kurz ok ja einen richtigen Blick habe ich schon mal gefunden ne oh ok hier rum ah schutz egal fahren wir weiter muss man jetzt hier springen? so rüber oder wie? ja so wahrscheinlich eher nicht ok man muss rechts anfahren und dann nach links rüber springen so könnte ich es mir jetzt vorstellen ok ok das wird nix nächster Versuch jetzt vollgefahren oder vielleicht ein bisschen weiter links und jetzt vorher keine Rennen ziehen jawohl schon besser man wieder aus dem Slider rausgekommen und dann gleich gecrasht boah das war mega knapp ok 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 läuft's boah das war noch mega knapper eh Wahnsinn 26 26 6 wow ich kann bloß dagegen checken äh was war hier die 26 5 6 das wäre schon die drittbeste zeit gewesen krass fürs erste mal ok ok ich kann schon mal ein bisschen Replayern speichern äh eigene Replayers Canyon speichern ok versuchen wir es nochmal vielleicht können wir ihn noch verbessern mal schauen ok ok so nicht boah das war eh schon mega knapp ja bisschen enger oje zu weit rechts zu weit zu weit links habe ich gemeint nicht zu weit rechts ja ok 26 56 ist schon mal eine hammer geile zeit also naja zu spät gelingt da kann ich hier den driften noch ein bisschen weiter rausziehen zu weit Mitte zu weit in der Mitte jawohl ich hab's gewusst ja da muss dann noch weiter von rechts nach links rüber springen dass man die Geschwindigkeit beibehält jetzt bin ich schon ein bisschen weiter vorne als vorher ein bisschen weiter vorne als vorher also holt mich mein Platz wieder und zweit links zweit links zweit links soo knapp ok bisschen langsamer ok 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 ich sag einmal versuch es noch ne wirklich sehr einfache Map die hätte ich über den ersten Versuch fast schon gefinischt ja hätte ich hänger fahren müssen ja versuchen wir einfach nochmal wir sind ja nicht auf der Flucht ok das war schon besser ah das war zu weit links oder ne paar Stunden und 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 schneller schnell 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 weiter ah 26 57 also nur 0.01 Sekunden langsamer wie vorher über meinen ersten Versuch der ist schon richtig gell ja cool sagen ähm ne schön Screenshot so genau schauen wir eben von oben an oder gibt es ein GPS? Backward GPS? Ne, brauchen wir nicht ok, ist ja eine sehr einfache Map ist quasi hier Startkarte aus, rechts rum, hier rechts rum, dann nach links rüber springen, hier durch die Halfpipe durch dann hier, ja der Sprung ist der schwierigste Teil, wenn man sich hier so schräg rüber springen und ja, dann ist man eh schon beim letzten Checkpoint und nach dem letzten Checkpoint geht es ins Ziel ja, wirklich sehr einfach gehalten und ja, jetzt sagen, da gehen wir schnell mal raus und tun mal das Replay hochladen ähm, wo habe ich meine Replace-Gespräche, ich habe meine Planet, Replace, eigene Replace, Canyon ähm, Oasis bin mal gespannt, wie genau die Zeit war 26, 5, 6 und was kommt da hinter, welche Zahl war ich schneller als John John 55 56 oder nicht oder nicht na, dauert eine Weile ah, jetzt da, drei Sekunden, zwei, drei und ah, ich war langsamer John John 55 ist eine 26, 5, 6, 3 gefahren und ich eine 26, 5, 6, 8 also, ich war achttausendstel schneller als ich ja, schade ja, egal cool ach ja das war jetzt die 50. Folge von Play Your Map und ja ich würde sagen bei der nächsten Folge würde ich mich freuen, wenn ihr sie wieder einschaltet macht es gut bis dann ciao